Hallo, mein Name ist Sophia und ich befinde mich hier vor dem Institut für Kommunikationswissenschaften am Bispinghof. Der Herr Scholl hat sich für ein Interview bereit erklärt. Vielleicht stellen sich einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Armin Scholl. Ich bin Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und beschäftige mich hauptsächlich mit Journalismus oder Journalismusforschung, aber auch mit alternativen Medien. Also heute geht es ja um das Thema eingeschränkte Pressefreiheit. Und aufgrund der aktuellen Lage in der Türkei, da stellt sich mir nun mal die Frage, weshalb sind Journalisten heutzutage eigentlich gefährdet oder in Gefahr und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Journalisten sind ja oder haben die Aufgabe in erster Linie kritisch auch zu berichten. Und das ist immer dann, wenn eine Regierung, ein Regime in seiner Macht gefährdet ist, für das Regime natürlich besonders unwillkommen. Und dementsprechend sind meistens die ersten, die eingeschränkt werden oder der Freiheit beraubt werden, Journalisten. Jetzt ist es ja so, dass selbst in Demokratien ist es ja so, dass es zu eingeschränkter Pressefreiheit kommt, dass Journalisten bedroht werden oder nicht frei berichten können. Wie sieht da die Gesetzeslage aus? Ist das überhaupt, also dürfen Journalisten überhaupt einfach so inhaftiert werden? Nein, also da muss es ganz strenge Gründe dafür geben. Normalerweise ist die Pressefreiheit in Demokratien ein sehr hohes Gut und das wird nur beschränkt durch die allgemeinen Gesetze. Ansonsten aber ist es in der Demokratie nicht möglich, Journalisten einzusperren. Ganz im Gegenteil, Journalisten haben sogar Privilegien, sie dürfen sogar mehr als wir Normalbürger oft, eben um ihre Aufgabe in einer Demokratie zu erfüllen. Und wie kommt es dann jetzt dazu, dass eben in Demokratien Journalisten bedroht werden oder eben angegriffen werden? Also wenn Demokratien funktionieren, dürfen sie jedenfalls nicht von Regierungen bedroht werden. Sie können aber bedroht werden von politischen Gruppierungen zum Beispiel. Also in der Bundesrepublik kann man etwa sagen, dass bestimmte Rechtegruppierungen, wie zum Beispiel Pegida oder auch die AfD, denen die Berichterstattung nicht willkommen ist, dass die dann auch dazu neigen, Journalisten zu bedrohen, zumindest ihre Wut gegenüber der Berichterstattung zum Ausdruck zu bringen. Gut, Sie sagten ja gerade schon, Pressefreiheit ist ja ein zentraler Bestandteil der Demokratie. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt, wenn in einem Land die Pressefreiheit eingeschränkt ist oder wenn die Medien von der Regierung zum Beispiel gelenkt werden? Ja, man kann es so krass sagen, dass damit die Demokratie auch gefährdet ist. Also sie ist ja die Pressefreiheit ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie. Das ist also eine Gefährdung. Sie haben jetzt eben das Beispiel der Türkei genannt, aber Sie sehen es auch weiter näher zu uns, nämlich zum Beispiel in Ungarn, wo die Gesetze eingeschränkt werden oder die Freiheiten der Journalisten. Und das geht immer einher mit auch der Einschränkung von anderen Freiheiten. Es sind ja nie nur die Journalisten betroffen. Und dementsprechend ist die Einschränkung von Pressefreiheit immer ein gutes Indiz dafür, dass auch mit der Demokratie in dem betreffenden Land etwas nicht stimmt. Würden Sie auch sagen, dass das manipulativ wirken kann auf die Bürger, in Bezug zum Beispiel auf politische Wahlen oder so? Ja, das wirkt dann manipulativ, wenn andere Medien, also diejenigen, die nicht journalistisch hergestellt sind, wir sprechen oft von propagandistischen Medien oder von jedenfalls einseitigen Medien, wenn die das Meinungsklima bestimmen, also wenn es dann so aussieht, als wäre das die eigentliche Berichterstattung. Und dann ist natürlich Manipulation Tor und Tür geöffnet. Welche Länder sind dann außer der Türkei noch betroffen? Also zunächst mal sind alle autoritären Regimes natürlich von betroffen. Wir sprechen immer am liebsten von dem Beispiel Nordkorea, wo es gar keine Pressefreiheit gibt. Ansonsten ist in Demokratien auch die Gefährdung da, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Also denken Sie daran zum Beispiel, dass in den USA Trump versucht, seine Politik an den Medien vorbeizumachen. Also etwa über Twitter nur noch kommuniziert und den Journalisten kaum noch Möglichkeiten gibt, ihm überhaupt Fragen zu stellen. Das heißt also, wir müssen uns auch in Demokratien nicht ausruhen, denn Pressefreiheit muss ständig erkämpft werden und dementsprechend ist sie nie garantiert, sondern ist je nachdem, in welcher Situation wir jeweils sind, immer auch ein zu erkämpfendes Gut. Was kann die Gesellschaft denn dagegen tun oder vielleicht sogar ein einzelner Bürger? Also Demonstrationen sichtbar machen von Einschränkungen sind immer wichtig. Sie haben ja eben die Türkei angesprochen, dieses Free Dennis zum Beispiel, da ging es um Deniz Yücel. Die Solidarität hat letzten Endes mit dazu beigetragen, dass die Türkei hier nachgeben musste. Ich glaube zwar nicht, dass das der einzige Grund war, dass er frei gekommen ist, aber die Öffentlichmachung von Einschränkungen der Pressefreiheit ist, glaube ich, das wichtigste, was man als normaler Bürger tun kann oder in Gruppen, in Demonstrationen und so weiter, in Petitionen, um einfach dieses Problem selber wiederum öffentlich zu machen. Ja, gut zu wissen, dass wir als normale Bürger auch etwas bewegen können. Gut, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.